Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es darum, Tastatur- und Mauseingaben zu simulieren. Das Ganze mit XDE, das habe ich jetzt gebraucht im Nachgang von unseren Kilo Open Source und Linux Tagen, denn im Zusammenspiel mit Peertube hat was nicht funktioniert. Irgendwie war das Kontingent verbraucht zum Streamen, sodass wir das Ganze auch nicht live auf Peertube zeigen konnten. Und bei Peertube wurde alle fünf Sekunden ein neues Video angelegt und dann war die Verbindung wieder unterbrochen. Und dann hatte ich, bis ich das Ganze irgendwie umkonfiguriert habe, sodass es bei Peertube nicht mehr gestreamt wird, 3.500 Einzelaufnahmen in der Länge von fünf Sekunden. Das will man natürlich nicht haben. Und bei der Peertube-Oberfläche habe ich keine Möglichkeit gefunden, um jetzt mal schnell 3.500 Einzelaufnahmen zu löschen. Und wenn ich das Pant hätte durchklickern müssen, da würde ich jetzt noch dran sitzen. Hätte vielleicht auch nur die Möglichkeit gegeben, das Ganze über eine API abzufrühstücken, viel einfacher zu machen. Aber ich habe jetzt die Variante gewählt, dass ich einfach so einen Browser fernsteuere, dass ich Tastatur- und Mauseingaben simuliere mit XDE und das zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das machen könnt. Ja, heute gibt es relativ wenig Folien. Das hier ist auch schon meine vorletzte. Wie das Ganze mit dem Löschen von den Videos funktioniert, habe ich in einem Skript vorbereitet. Könnt ihr wieder reingucken und das natürlich auch anpassen, wie ihr das gerade braucht. Dieses Skript löscht alle Videos, die in so einem Fenster angezeigt werden, Stück für Stück. Immer eins wird angeklickt, dann wird auf Löschen geklickt und dann wird dieser Lösch-Dialog einmal bestätigt. Und dann wird einmal ans untere Ende von dieser Videoliste gescrollt, weil die sich dynamisch aufbaut, also immer wieder dynamisch verlängert. Von daher müssen wir einmal ans Ende scrollen, wieder nach oben scrollen und dann geht es wieder anklicken, löschen, wählen, bestätigen. Unterscrollen, hochscrollen und wieder von vorne. Und das mache ich über die Simulation von Maus- und Tastatureingaben. Im Skript sieht das jetzt so aus. Ich warte erst mal 5 Sekunden. Das hat den Hintergrund, weil ich erst das Skript in einer Shell starte. Da muss ich ganz schnell zu meinem Browser hinspringen, muss die Maus an der richtigen Stelle positionieren. Und innerhalb von diesen 5 Sekunden läuft das Skript halt noch nicht los. Und danach fängt es schon an, diese einzelnen Mausklicks durchzuführen, die Maus zu bewegen und den Dialog zu bestätigen. Dann habe ich hier zwei Variablen, x und y. Das ist der, ja, wie viel die Maus springt von dem Menü zu dem Löschunterpunkt. Also die Maus soll einmal 100 Pixel nach links springen und dann 15 nach unten. Das trifft dann genau diesen Dialog. Und dann, nachdem das geklickt wurde und wieder auf Start zurück geht, wieder 100 nach rechts und 15 nach oben. Und dann haben wir so eine Schleife, wo die Maus dann hin und her springt. Erst da klickt, dann da klickt, dann wieder zurückspringt, wieder da klickt und so weiter. Da habe ich gleich auch nochmal ein Video zu vorbereitet. Und dann habe ich hier so einen Zähler. Da mache ich, ja, wiederhole ich diese ganzen einzelnen Schritte, zu denen wir gleich noch kommen. Und das habe ich hier erstmal 100 Mal gemacht. Denn ab irgendeinem Punkt funktioniert das auch nicht mehr. Also ich habe mal so 500 Stück in einem Rutsch damit löschen können. Dann waren es mal wieder ein bisschen weniger. Und von daher ist das so ein Wert, den könnt ihr variieren. Und zwischendurch könnt ihr dann auch nochmal gucken, ob das alles soweit funktioniert hat. Ich habe es erstmal auf 100 gelassen. Ihr könnt es erhöhen, müsst ihr halt gucken. Was das XDE als erstes macht. XDE ist dieses Kommando, wo ich verschiedene Befehle habe. Zum Beispiel Mausklick 1. Die 1 steht für die linke Maustaste. Also hier wird ein Mausklick durchgeführt. Dann wird hier eine Zeit lang gewartet. Also SLEEP wartet entweder Sekunden, also Vorkommastelle. Das wäre dann eine 1 hier. Oder ich habe hier so Nachkommastellen. Und ich habe ein bisschen variiert. Erst hatte ich hier ein Viertel, also 0,25 Sekunden. Und dann habe ich mich so ein bisschen hochgetastet. Und mit diesen 0,6 Sekunden bin ich eigentlich ganz gut damit durchgekommen. Das kann natürlich daran liegen, wenn das System schneller ist, dann könnt ihr einen kürzeren Wert dazwischen haben. Dann geht das Ganze auch schneller. Oder wenn euer Rechner langsamer ist, dann macht ihr den Wert hier höher. Und diese 0,6, das ist ein durchgehender Wert, den ich hier immer drin habe zwischen einzelnen Aktionen. Da wird einfach gewartet. Und dann wird erst die nächste Aktion gemacht. Der erste Punkt hier ist das Öffnen von einem Menü. Dann wird die Maus bewegt um 100 Pixel nach links und 15 nach unten. Dann wird wiederum geklickt. Das ist dieser Löschen-Menü-Eintrag. Und dann kommt so ein Dialog, den man bestätigen muss. Hätte man da auf das OK klicken können, war mir zu fitzelig. Von daher sage ich über XTE drücke mir die Return-Taste. Denn das Löschen bestätigen ist vorgewählt. Dann springe ich wieder auf die Anfangsposition. Also X wird umgedreht. Also vorher springe ich nach minus X, also nach links. Und jetzt springe ich nach rechts. Und nach unten springe ich als erstes. Und jetzt springe ich nach oben wieder. Und dann ist die Maus wieder genau dort, wo sie am Anfang war. Da diese Peertube-Seite sich dynamisch aufbaut, muss ich ans Ende springen. Das mache ich über die Taste Bild nach unten oder Page Down. Und dann springe ich wieder am Anfang zurück. Und dann bin ich wieder auf meine Startposition. Und dann wird das Ganze wiederholt, wiederholt, wiederholt. So, dann gucken wir uns das Ganze auch noch mal an. Also ich habe das Ganze mit einer Kamera abgefilmt. Eigentlich war es erst gar nicht gedacht, dass ich daraus jetzt so eine Folge mache. Aber dann fand ich es doch irgendwie praktisch genug. Und als das denn da so schön lief, da dachte ich mir, oh, das ist ja eine tolle Sache. Da machst du denn hinterher noch mal ein Video. Also habe ich eine Videokamera genommen und habe einfach mal einen Bildschirm abgefilmt. Von daher sieht das so ein bisschen ranzig aus. Die Geschwindigkeit, in der das dort abläuft, die ist deutlich reduziert. Das sind jetzt 25% von der normalen Geschwindigkeit. Und da sieht man, dass denn, ja, diese drei Punkte wird angeklickt. Das ist das erste Menü. Dann geht es hier zu dem Löschen, Anklicken. Dann kommt dieser Bestätigungsdialog, wird mit Enter bestätigt. Und ja, dann springt die Maus wieder zurück. Und die Scrollen, was wir da sehen, das ist zum dynamischen Verlängern dieser Videoliste. Und oben kann man auch sehen, dieses, was da steht, mit 9-16-Schrägstrich. Da kann ich bei Peertube Filterkriterien anwenden, sodass ich wirklich in meiner Liste bloß das habe, wo eben 9-16 drinsteht. Und das waren exakt diese Videos, die da falsch gelaufen sind. Und das sind immer 5-Sekunden-Videos. Und ja, damit habe ich das auch dagegen gesichert, dass ich andere Aufnahmen lösche, weil die alle da drunter fallen unter dieses Filterkriterium. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. War relativ kurz. Ich habe vorher nämlich schon eine Menge aufgenommen. Von daher hört man es vielleicht auch ein bisschen, dass die Stimme jetzt schon ziemlich am Ende ist. Wenn ihr mal sowas braucht, guckt euch mal an, ob ihr vielleicht mit XTE da eine relativ einfache Lösung zusammengestrickt bekommt. Ist natürlich keine super Lösung, aber wenn man jetzt schnell mal was braucht, was man wahrscheinlich nie wieder braucht, dann ist das vielleicht eine ganz feine Sache. Ansonsten finde ich das eigentlich eher eine doofe Lösung, aber für diesen Fall fand ich das einfach praktisch. Ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Ja, abonnieren hier, Glocke drücken und bis bald und tschüss. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten. Untertitelung des ZDF, 2020